Wunderland, Wunderland. Diese Weihnachten. Der Weihnachtsmann kommt! Die richtige Zeit für... Geile Scheiße. Ein unerwartetes Wiedersehen. Immer eine extra Wurst, ne? Eine heiß ersehnte Vermählung. Dann antworte mit Ja. Eine zweite Chance. Ich hab grad Boris zur Schule gebracht. Herzlichen Glückwunsch. Eine schöne Bescherung. Karl, hab schon wieder Kaka. Und einen besinnlichen Abend. Sie können natürlich auch Pay-TV gucken, aber vielleicht keine Pornos, weil der Weihnachtsmann und Pornos finden die Leute nicht so gut. Wir haben uns ein Problem, ganz sicher. Aber lasst uns dran arbeiten. Die Bank drängt inzwischen auf die Zwangsvollstrecke. Ich baue nur noch drei Tage. Wenn man einmal das Original gut fand, dann kommt halt nichts besseres mehr nach. Hatten Sie schon einmal einen perfekten Song? Ne. Ich hätte leider nur einen ganz schlechten Schlager mit einer total verkackten letzten Strophe. Wie heißt sie denn? Viktor. Tukl. Es schneit! Du weißt, dass du mir alles sagen kannst, oder? Ich will einen Schokotoast. Ich will ein Haus auf den Bermudas. Wie alt bist du denn? 18. Oh mein Gott. Mir wird schlecht. Das ist der Weihnachtsmann. Bleibst du ein bisschen hier? Ja, auf ein Bier oder so. Rocking Santa! Oh, Simone. Was machst du? Nichts. Wir dürfen das Geschenk heute Abend austacken. Das ist der Wahnsinn. Hauptsache, Leermund. Liebe ist was zu tiefes. Die Liebe. Liebe, Liebe. Das ist das Wichtigste im Leben. Das sind Emotionen. Es ist vollkommen unklar, dass Klaus sich immer noch nicht erwürgt hat. Ja, da hast du recht. Das ist schon eine ganze Weile her, dass er mich das letzte Mal ein bisschen gewürgt hat. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.